ich bin hoffentlich wieder guten tag sehr schön ich habe jetzt mal ein bisschen was umgestellt müssen wir mal gucken ob es jetzt besser läuft kann leider nicht die option ist leiser machen so warte mal das liegt schon wieder am spiel das ist schon wieder so da kriege ich wieder die krise ob er ist so manche spiele die kannst du echt tonne schmeißen ob er ist manchmal das ist erkennt die blumen scheiße die körper schon mal ausmachen das kann ich ja mal nebenbei machen blumen den kack den brauche ich beim besten will kriege ich was an so kann ich denn irgendwo und 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 Hallo, hallo, test, test, ja. Test, 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 ja. Kodierung ist überfordert, würdest du mich eigentlich komplett verarschen heute? Ich gebe es bald auf, echt, ich gebe es bald auf, OBS. Ich werde Zeit, dass ich, ja, unbedingt mal ein neues Programm suche. So. Okay. Ich fluche, ich könnte schon wieder echt fluchen. Unity Engine und OBS, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich hab hier se... Geil, echt, geil. Und das noch nicht mal auf hoch, aber auch lächerlich. Das ist beim Wiener Kanzler, Summer. weg, gib halt auf, echt so, das sieht anders aus, bevor jemand auf die idee kommt, cpu kacke, ich hab ne cpu auslastung von 4%, also, nee, jetzt glaub ich, könnte es besser funktionieren, ja dann verzeiht mir am Anfang das bitte, äh, hoppla, kann ich, ach ja, kann ich, ja, die ist anscheinend, oh, ok oh, alter ok, die Übersetzung ist wahrscheinlich noch nicht ganz so perfekte axiom Oh nein, hier. Oh. 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 To the critics of this mission, I say it's not sufficient you voice your concerns of danger or ethics. If you are against progress in this moment, you must acknowledge that our very understandings of biology, chemistry, physics, even religion are thrown into question, and you stand in our way. Monument of the Void. That was pressure. Oh, next one. Big business meeting, user 2, you bet, and upstairs protection. Fantastic. Oh, that's cool. Okay. Oberes Deck, unteres Deck. Und so weiter und so weiter. Systemfehler. No signal found. Oh. No guck. Oh. Oh. Oh? Oh. Oh. Hi, guys. You're in an ideal world. Es gibt irgendwelche andere Dinge, die so wichtig sind, glaube ich. Warum zum Teufel kann ich das ja auch machen? Das ist cool, aber warum? Was war der Anlass für diese außergewöhnliche Renovierung? Aiden hat verloren, Endergebnis Bieler 7, Aiden 0. Fischi, Eglis Sommia, entdeckt in den Reffen der nördlichen Hebesphäre. Hier kann ich nichts machen, oder? Punkt schieben, um Energieversorgung ein- und auszuschalten. Ich stelle Energie zuvor für die Lounge, führ wieder her. Okay, die ist in Wartung. Achso, okay, fast eine Sekunde. Augmented Reality-Menü. Augmented Reality-Menü. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet, ey. второйеруierer. Nichts noch später dann. Pulido Rampingar ist jetzt noch ¡ê-hen! load. Na mein chargedonneries Dauer! Das ist das bleiben- Luis und das sind Arbeitsall. internistiert die Drift-Xen creep. Aber genau so ist es. Hey. Ich bin halt ein kleines Spielkind. Okay, hier kommt auf jeden Fall mal was heraus. Ich kann wissen, was da hinten drin ist. So I wager, they too can change, don't you? Ich bin nicht sicher. Die Vergangenheit ist immer present. Okay. Hier kann ich nichts machen. Hier sind auf jeden Fall keine Rüstung mehr, keine Kleidung, nichts. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. First contact Floor Auch nix Ach, nix interessantes Ah, Müll haben wir Ich würde ja keine rein Okay, die Anzüge dürfen nur im Notfall verwendet werden, das heißt also es war auf jeden Fall Notfall Bin ich dann auch in so einem Anzug? B-B-B-Baz? Kuda! Alter! Welcome Aiden Aaaaah Aaaaah Alter, kannst du mal sowas lassen, ey? Aaaaah 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 Okay Das sind Tabletten und so'n Kram So, da war doch noch was an Aaaaah Aaaaah Wacht und flug laufen nicht bevor wir eben die Dinge laufen, ja Warte Aaaaah Notizen Wenn alles wie ein Nagel aussieht, brauchst du immer einen So interessant war das ja jetzt nicht Tja Aaaaah Tja 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 Okay. Huh? Alles was? Denk darüber, was du getan hast, und was du nicht hättest. Okay. Oh Gott, okay. So ein technisches Zeug da, ne? Sartinen, komische Geräte sind hier noch. Das ist ja cool. Oder? Ja doch. Das war's, mehr kann ich hier nicht machen. Ja. Öp, mir kann ich hier. Wartung? Können wir da irgendwas überbrücken? Ey. Hast du ein Kistenlager? Ja. 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 Na, na 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 na. Okay. Okay, wir müssen irgendwas finden. Entschuldigung. Intakte Sicherung. Das ist das selbe Zeichen. Das geht trotzdem alles, oder? Was ist das? Was ist das? Was? 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 US? Was? cursivapflete Glmsd Seth Was? Let's go. Hello? Life Support Systems repaired. Hello? Okay. Shit, oder was passiert? Systeme wiederhergestellt, Zugriff gewährt, Lebenserhaltungssystem in Section A3 sind wieder online. Reparatur des äußeren Schadens wird durchgeführt, Zugriff auf Section A3 gewährt. Boah. Es ist bei einer Trinkspielregel. Erster Trink. Irgendwas an Bord geht's im Bruch. Ja. Kruselfaktor. Kruselfaktor. Vergelte es im Brunnen. Oh, eh, eh. Return tools to retrieve ID bracelet. Oh, oh, okay. Na, lag eins. Ich muss jetzt erstmal alle Werkzeuge zurückgeben, die es hier gibt. Und dann bekomme ich meine ID-Ding-Sons. Äh, was noch? Noch eins. Was ist das andere? Okay, so und halt. Okay, so und halt. Okay, jetzt habe ich meinen Armwand. Das heißt jetzt was? Na gut, hier unten bin ich ja eigentlich fertig. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas gleich passieren wird. Irgendwas kommt oder? Na gut. So, do you think you can build it? Huh, I'm not sure where you think I can hide something like this on board. There's a blind spot in the cameras in the upper deck hallway. Right here. It's possible. But, eh, given the risk, it's gonna cost you. Not a problem. I'm sure it will go to a good cause. Oh, and don't let her catch you. Oh, okay. Da haben wir irgendetwas gebaut, was auf jeden Fall keiner sehen sollte vorne. Activated. Okay. Dann... Also zwei Monate sind die Nachrichten auf jeden Fall her. Was haben wir hier gebaut? Ich habe gerade Schritte gehört. Okay. 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 hier ist ganz viel EMS und Feuer und wenn ich räume ständig deinen Müll weg kümmere dich drum da vorne gibt es wieder Text jetzt einfach mal kurz runter sieht schon ziemlich geil aus ok wir holen uns erstmal da oben den Text the analysis of the terra firm is complete it's only Silas's taxonomy of the alien anatomy that is behind schedule which is surprising given how similar Aiden what are you doing that wasn't me I'm on my way to engineering now call me at the bridge when you get there ok oh so modernes schackspiel look it's none of my business I know you ended whatever was between you and Mila but the way you still look at her I'm not convinced you're over her you're absolutely right Aiden it is none of your business ok ok bedeutet das hier hier ändern können das ist ja sehr interessant hier 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 Das war's. Ich hab's gebaut. Total stylisch, oder? Okay. Ja, komm. Zumindest mal nix, was wir jetzt gebrauchen können. Wenn ich ehrlich bin, will ich nicht raus. Ich will nicht. Hallo? Hallo? Wie ist da? Okay, ich suche nur Schlüssel benötigt, alles klar. Kapitän! Gehen! Aiden, komm zu mir! Was? Willkommen, Mila. Willst du den Rettungskaps? Wow! Alles klar! Okay. Ja, die hat ja mal ein Wachensparadies hier, ne? Was? Okay. Irgendwelche Tickets. Okay, die Bücher auf jeden Fall. Das ist ja angespannt, sind hier ein entspannter... Ja! Kommst du darauf, dass ich angespannt bin? Ich bin doch gar nicht angespannt. Ich verstehe nicht irgendwelche Geräusche. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Jetzt halt. Ach, Schwammereien, Kram und so weiter. Okay. Okay. Alles klar. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal zur Brücke, das ist auch schon mal gut. Das gilt vielleicht schon mal für das Leben lang. Ich schlibe den da. Und in Memory. Oh, okay. Okay. Sonst gibt es hier nix. Aktuelle Okay, ich würde sagen, wir halten uns einfach mal links. Brückenkorrigier, Zugriff gewährt, berechtigt, ID haben wir erkannt, Wartungsroboter eingesetzt. Okay, Fakt, was wir gesagt haben, ist, dass wir etwas getroffen sind. Das Problem ist, ich kann es sicher nicht wissen, weil was, was passiert, hat alles ausgeliefert. Engines, Kloaking, Kommunikation. Ich verstehe, Aiden. Wir müssen das jetzt fixieren. Jetzt. Ich bin dran, aber ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Dann lasst mich euch, was wir finden, wenn ihr nicht ruft. Okay, Fakt, was wir ja schon wissen, ist, dass es irgendwie um Aliens ging, auf jeden Fall. Ähm. Ja. Hat es ja... so gut. Alle klar. Alles klar. Ich aktiviere jetzt alles. Also ich habe jetzt deaktiviert. Die Notabschaltung. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Da läuft mal nichts rum. Los. 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 Okay, okay, okay. Okay. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Junge. Mach doch so einen Scheiß. Theater, oder was? Weiß. Explosion detected in the lower lab. Okay. Ich wollte noch Spanchen. Hier ist gerade was explodiert. Alter, was ist hier los? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vor rechts, doch was ich... ... unten, äh, hinten. Ja, die Entscheidung ist mir doch nicht Mila, der Vorschein wird darauf in Kürze zurückkommen. Ah, Moment. Das ist jetzt auch wieder ein Gegenstand? Ja, irgendwas zusammensetzt. Oh, es ist ja nichts. Wovon ist es da? Wir sind schafft es. Was ist das? 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 Ich habe sie sich nicht mehr. Das sieht schon ziemlich geil aus. Oh. Oh. Your own safety. Moving on. Wo ist hier eine Kamera? Da. Oh shit. Okay. Alles klar. Okay, da drin waren wir schon. Von links kommen wir nicht rein. Da kommen wir her. Ja. Ich will nicht. Holy shit, man. Aber sehr gute Atmosphäre, was es rüberbringt. Okay. 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 There's three of them in the hangar with me. I can't stall them for long. Run! Aiden, get to the escape pods! It's too late for that. Finish the mission, Neva. And your airlock to escape. No! Okay. Okay. Also was Fakt ist, wir haben gegen die Aliens gekämpft. Ich bin auch noch. Ich bin der Fluder. Der Fluder. Okay. Ich bin der Fluder. Okay. Ich bin der Fluder. Der Fluder, sie bin der Fluder, sie sind irgendwo vom Fluder. Ein Lauteskunde. Okay. Stifte hier versteckt. Ja gut, die Stifte sind jetzt mal nicht so wichtig. Aber mehr kann ich hier nicht machen. Na. X-donsen. X-donsen. Fortspreter und Sicherheitscheck, ausgehende Boden, 17, unbekannt, 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 ja das werden dann die Dings gewesen sein, die wohl nicht eingeladen waren. Ich habe halt noch keine Waffe oder sowas, also ich weiß nicht, ob ich eine Waffe bekomme. Gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Und er hat hier gegen welche gekämpft, aber wo sind die? Wir müssen doch irgendwo sein. Aber hier ist nichts, hier ist absolut nichts, hier ist ein Platzsporn. Was ist? Was ist hier? Die restliche Brennstoffzellen noch vom Hangarbüro zur Maschinenraum schaffen. Ich prüfe den Antrieb um die Energie zuvor für sie das Zimmer wiederherzustellen. Alle Brennstoffzellen müssen aktiv und ordnungsgemäß kalibriert sein um die Steuerung zu erholen. Kalibriert... Okay. Hallo. Well, are you gonna share or what? Have a seat. Tch. Analysieren Frequenzen. Sollte man auf der Stadt doch irgendwas kommen. Ah, die Schieber. Hier, ne? Ich bin beim Super-Gedächtnis, weißt du? Was? Ach, ich kann da mal hinlaufen. Okay. Mein Gott, ey. Sag's ja. Ich bin beim Gedächtnis, ey. Ähm... Das so. Das so. Und das so. Okay. Das so. Das ist falsch. Ja, ja, ja. Ja, ey. Was ist das jetzt mal merken, Leute? Mein Gott, was ist mit dir los? Ich bin alt. Ja, das ist es ja. Oben, unten. Zack, unten, rechts. So, oben, unten, unten, rechts. Mein Gott, im Himmel. Oben, unten. Unten, rechts. Zack. Aff. Unten, rechts, oder? Ist doch ein anderes? Bruder. Ich kündige. Ich bin raus. Ich, ich, ich kündige. Mein Gott, das kann doch... Die Möglichkeit hätte mir irgendwo da den Kopf anzustoßen, würde ich das gerade machen. Ach, Bruder. Bruder, Bruder, Bruder. So. Oh, ähm, Moment. Guck mal das jetzt noch mal an. Dings da. Da, 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 da. Jan, merken. Dings da. Um... Huh? Andy, Moment. Hey, listen! 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 Hey! Hey,élévWhere位! Hey, listen! Hey! Hey, listen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020